Hallo Freunde, da sind wir wieder. Heute haben wir ein sehr explosives Thema und ich verspreche euch auf keinen Fall Luftleer. Ich würde sagen, bis gleich. Da sind wir wieder. Heute geht es um Airbag im Allgemeinen, Airbag-Weste im Speziellen. Heute werdet ihr einige Dinge erfahren über die Airbag-Weste, einfach auch deshalb, weil viele, viele von euch in den Kommentaren das auch quasi schon gefordert haben. Von daher, es wird bestimmt wieder sehr interessant werden. So Leute, weil das Thema wirklich so interessant ist, kriegt ihr auch einen ganz kurzen historischen Aufriss. Wer hat es erfunden? Ein Deutscher hat es erfunden und zwar 1951 ist der Airbag zum Patent angemeldet worden. 1951, das ist schon lange, lange her. Mich wundert es persönlich, dass es so lange gedauert hat, ehe der Airbag dann auch entsprechend Fuß gefasst hat. Der Name ist natürlich beim Auto. Das heißt, in den USA waren Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre die ersten Airbags, die dann kommerziell verbaut wurden. Und in Deutschland über die Firma Mercedes seit 1981. Das wundert uns alle sehr, denn es gab tatsächlich schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Versuche mit Airbags bei der Bekleidung, die allerdings alle doch sehr ins Leere liefen. Der Grund war, dass der Proband, in dem Fall zum Glück ein Dummy, nach Auslösen des Airbags quasi ungefiltert Purzelbäume schlug, denn da war dieser Airbag im Grunde genommen ein Ball-Effekt, also ein Flummi-Effekt. Das heißt, mit gebrochenen Armen, gebrochenen Beinen wäre dieser Dummy dann entsprechend geborgen worden. Das war also, wie gesagt, eine Entwicklung, die in die falsche Richtung lief, aber trotzdem wurden auch da schon die ersten Erfahrungsschätze gesammelt. Auch da noch ein paar warme Worte zu den unterschiedlichen Entwicklungszyklen. Beim Auto hat natürlich der Airbag vor allem die Funktion, den Raum zwischen Sitz und Lenkrad im konkreten Fall zu verringern, damit es also nicht zu einer Oberstreckung der Halswobelsäule kommt, sprich der Gurt spannt den Fahrer fest, aber durch diese extreme Verzögerung wird der Körper doch nach vorne gezwungen und wenn ich es halt nicht bis zum Lenkrad schaffe, sondern vorher durch den großen, voluminösen Airbag blockiert werde, weich blockiert werde, ist der Sicherheitszuwachs halt immens. Das ist die eine Funktion. Beim Motorrad hat der Airbag, oder hat der Airbag, es gibt ja nicht so viele, die Funktion, dass ein Katapult-Effekt dadurch entsteht, dass also der Motorradfahrer über das Hindernis wegkatapultiert wird. Auch das ist ein Denkansatz, der einen gewissen Sinn macht. Bei der Bekleidung sieht das natürlich dann ganz anders aus. Da sollen Körperregionen stabilisiert werden, dann sollen Schutzfunktionen durch den Airbag, aktive Schutzfunktionen hervorgerufen werden. Also von daher, die Entwicklungsziele sind alle ein Ticken unterschiedlich. So Freunde, das muss reichen, kurzer Abriss der Historie. Kommen wir jetzt einfach mal zum heutigen Thema, nämlich der Airbag Weste. Auch da bekommt ihr jetzt ein paar Informationen, die das alles ein bisschen verdeutlichen. Denn über den Gesamtverband der deutschen Versicherer hat es schon Datenerhebungen gegeben, die wirklich belegen, dass der Airbag eigentlich überfällig ist. Und zwar wurden, so traurig das ist, tödliche Verletzungen ausgewertet. Und es war tatsächlich so, dass bei diesem ausgewerteten Datenmaterial über 90% schwere und schwerste Verletzungen im Thorax-Bereich stattfanden. Und über 60% schwere und schwerste Verletzungen im Kopf-Nacken-Bereich stattfanden. Wir konzentrieren uns in der Regel immer dann auf die maximalen Folgen im Sinne von, oh, der Helm ist doch das Allerwichtigste. Aber vor dem Hintergrund dieser wissenschaftlichen Auswertung ist es tatsächlich so, dass eigentlich dem Thorax eine viel, viel größere Bedeutung zu geordnet werden müsste. Von daher ist der Airbag, glaube ich, eine logische Konsequenz dessen, dass wir uns alle um immer mehr Sicherheit bemühen wollen und sollen. Das Fazit der Jungs und Mädels vom GDV war dann, dass der Geschwindigkeitsbereich, in dem die Unfälle stattfanden, nämlich bis 70 kmh, deutlich nach oben geschoben werden konnte. Und das, denke ich mal, ist ein Fazit, das uns allen zeigt, dass der Airbag nicht irgendwie so ein Pille-Palle-Artikel ist, sondern dass das wirklich ein wichtiges Detail der Schutzbekleidung werden wird. So, Leute, Gesülze ist vorbei. Wir wollen jetzt mal zu den Fakten kommen. Airbag, Westen, ihr wisst es wahrscheinlich, gibt es grob mit mechanischer Auslösung und mit elektronischer Auslösung. Wir kommen jetzt mal zum Haupt- oder zum Kernpunkt. Würde es ausschließlich um die Auslösezeit gehen, gibt es meiner Meinung nach oder auch der allgemeinen Meinung nach eigentlich keine Alternative zur elektronischen Auslösung. Den Pflock haue ich einfach mal jetzt so ein. Wie gesagt, wir werden jetzt im Laufe der Sendung einige Vor- und Nachteile ansprechen, aber die Auslösezeit ist einfach das Hauptkriterium und da hat die Elektronik einen deutschen Vorteil, um das mal in Zeitfaktoren umzusetzen. Die elektronische Auslösezeit benötigt ungefähr 50 Millisekunden zwischen dem Impuls des Auslösefaktors, des Unfalls und der letztendlichen kompletten Füllung des Airbags. Bei der mechanischen Ausführung ist es so, dass der Roundabout die doppelte Zeit benötigt. Da sagt man so 80 bis 100 Millisekunden, bevor es eine komplette Füllung des Airbags gibt. Kurz, um euch die Reißleinen-Problematik nochmal ein bisschen plausibel zu machen. Der zeitliche Ablauf zwischen eigentlicher Unfallauslösung und letztendlich kompletter Befüllung des Airbags wird vor allen Dingen maßgeblich durch den Zeitablauf beeinträchtigt, den es benötigt, die Reißleine zu spannen, den Bolzen freizugeben, der über eine Sperrlinke blockiert ist, damit der Bolzen, der unter extrem hohem Federdruck steht, diese Kartusche aufschlagen kann, um dann schlagartig in die Weste zu fließen. Das heißt, allein der Vorgang des Spannens wird schon im Hundertstelbereich liegen können und dann addiert mit den anderen Zeitabläufen hat die mechanische Ausrüstung von vornherein einen riesigen Nachteil gegenüber der elektronischen Ausrüstung, die über teilweise 1000 Informationen pro Sekunde dann einen Algorithmus bildet, die entsprechend dann viel schneller reagieren kann zwischen ersten Impuls und letztendlicher Befüllung des Airbags. Leute, wir sind nach wie vor bei den Basics. Die, die gespannt darauf warten, Auslösung und Problematik, Mechanik und so weiter und so weiter wird natürlich in den kommenden Folgen euch mehrmals demonstriert werden. Von daher bleibt auf jeden Fall am Ball, um das entsprechend auch mal visuell zu erfahren. Um noch ein paar Worte zu sagen zu diesem zeitlichen Nachteil. Es ist natürlich zwingend erforderlich, dass ihr euch richtig mit dem Motorrad verbindet. Das heißt, die Reißleine muss zwingend an einem sehr definierten, fixen Punkt befestigt werden, unterm Sitz, am besten an einem rahmenfesten Punkt oder an der Zentralschraube vom Tank. Ich habe selber schon erlebt, dass ein Motorradfahrer vorfuhr mit Airbag-Weste und hatte sich angeklingt im Lenkerbereich. Das ist natürlich mehr als kontraproduktiv, denn hätte der einen Unfall und wird nach vorne weg katapultiert, dann würde ja die Reißleine erstmal die Bewegung mitmachen, ehe sie in den Spannbereich käme. Also von daher, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch da richtig befestigt. Und wie gesagt, wenn ich sage definierter Punkt, ist es auch, da kommt eine kurze Erklärung. Ich kenne einen französischen Test, wo eine Auslösezeit auch wirklich experimentell nachgewiesen wurde, wo eine Reißleine an einem Gitterrohrrahmen seitlich befestigt wurde. Und ein großer zeitlicher Faktor entstand dadurch, dass dann die Reißleine an einem Gitterrohr circa 20 Zentimeter bis zur nächsten Rohrbiegung nach vorne rutschte. Und das ist auch gemessen in Zeitfaktoren, irgendeine Geschichte von vielleicht 8, 9, 10 oder 15 Tausendstel. Also von daher, es muss ein definierter Punkt am Fahrzeug sein und in der Regel sollte der unterm Sitz sein. Und eine allerletzte Geschichte, diese Reißleine könnt ihr natürlich entsprechend auch vorspannen. Das heißt, die sollte so vorgespannt sein, dass ihr euch noch zumindestens, was die Bewegungsfreiheit angeht, kurz in die gestreckte Position gehen könnt auf dem Fahrzeug und dann soll die Reißleine relativ oder straff sein. Der eine oder andere von euch wird sagen, ja, aber was ist, wenn ich jetzt zu stark mich bewege oder vielleicht vergesse, beim Absteigen des Fahrzeugs die Reißleine zu entklinken. Auch das ist absolut kein Problem, denn die Auslösekräfte, um überhaupt diese Sperrklinke zu ziehen, müssen über 30 Kilo liegen und 30 Kilo, das ist schon einiges. Das heißt, wenn ihr wirklich mal vergessen hättet, die Reißleine zu entklinken und ihr steigt ab, werdet ihr eigentlich relativ grob ohne Risiko am Fahrzeug gehalten nach dem Motto, ach, ich habe ja noch vergessen, die Reißleine zu lösen. Also von daher, da braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken zu machen, 30 Kilo, das ist schon was. Vielleicht bis hierhin sieht es natürlich so aus, als ob alles gegen eine mechanische Auslösung spricht, alles für die elektronische Lösung. Wieso gibt es allerdings Hersteller wie zum Beispiel Helight, die sowohl als auch sehr aktiv sind und da gibt es auch eine relativ gute Erklärung und ich als, ich habe das ja schon in vergangenen Sendungen schon öfters gesagt, ich bin eigentlich ein relativ analog getakteter Mensch. Bei einer smarten Weste ist es natürlich so, ähnlich wie beim Handy, ähnlich wie beim PC, da kann es natürlich auch eine Fehlfunktion geben, die sich nicht unbedingt mitteilen muss und ich weiß definitiv von elektronisch gesteuerten Airbag-Systemen, also in der Bekleidung, dass zum Beispiel irgendwo eine Lederkombi inklusive Airbag auf dem Haken hängt und ohne Fremdanwirkung und ohne vermeintlichen direkten Grund löst der Airbag aus. Das wäre ja noch theoretisch eine tolerierbare Aktion, aber der umgekehrte Fall ist natürlich dann viel, viel schwieriger, dass halt keine Auslösung erfolgt, obwohl ein Unfallszenario vorliegt. Man steckt einfach bei den elektronischen Sachen nicht drin, das möchte ich jetzt auch nicht zu dramatisch bewerten, denn da gibt es jetzt keine Quote, aber diese Fehlauslösung, es hat tatsächlich schon stattgefunden, das muss man natürlich immer im Hinterkopf haben. Und dieses Unfallszenario, was ich eben beschrieben habe, also Kontakt, Erstkontakt mit einem vermeintlichen Dachholmen eines Autos, ist ein Unfallszenario. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Dinge, die dann stattfinden können und wenn ihr einfach einen Unfall hättet, ihr rutscht irgendwo weg, trennt euch vom Fahrzeug, dann sind natürlich die Auslösezeiten deutlich größer, um euch zu schützen, also die Toleranzen sind größer. Das heißt, dieses eine Unfallszenario, da ist die Elektronik auf jeden Fall deutlich im Vorteil. Bei vielen, vielen anderen Szenarien würde die mechanische Airbag-Weste nicht diesen gravierenden Nachteil haben. Es gibt also quasi bei den mechanischen Westen keine Fehlfunktionen. Es wird irgendwo indirekt auch euch deutlich gemacht durch die Garantierichtlinien. Das heißt, ohne dass da eine Wartung stattfindet oder ohne dass da ein Update aufgespielt wird, ist es so, dass die Hersteller teilweise, okay, die gesetzliche Garantie zwei Jahre, vier Jahre Garantie geben und und und, teilweise auf Kartuschen zehn Jahre Garantie. Von daher, ich glaube, dass dieses System ausgereift ist und akzeptiert werden kann als vollkommen solide und vollkommen fehlerfrei. Und da ist, wie gesagt, die elektronische Lösung oder die elektronische Abwicklung etwas problematischer. Kommen wir auch noch zu anderen Faktoren, die eine Rolle spielen. Klar, der Kostenfaktor spielt immer eine Rolle. Komischerweise ist es so, dass bei der Anschaffung nicht mehr diese eklatanten Unterschiede sind, wie wir sie noch vor fünf Jahren hatten. Das heißt, roundabout, das ist wirklich nur eine ganz grobe Auskunft, ist es so, dass die elektronischen Westen so um die 600, 650, 700 Euro liegen. Und bei guten, mechanischen Westen liegt das in etwa auf dem gleichen Niveau. Jetzt könnte natürlich der Kunde sagen, was erzählst du mir denn da kostenmäßig? Ihr habt eben den Zeitunterschied angesprochen. Das spricht doch alles für die elektronische Geschichte. Theoretisch ja, mal weggesehen von den Faktoren, die ich auch davor angesprochen habe mit der vermeintlichen Fehlauslösung. Aber ihr habt ja auch laufende Kosten, was zum Beispiel den Betrag angeht, den ihr investieren müsst, wenn es denn eine Auslösung gegeben hat. Und bei den mechanischen Westen ist es halt so, dass wenn eine Auslösung stattgefunden hat, eine Kartusche roundabout 30 Euro kostet und ihr könnt das definitiv alles selber machen. Bei vielen elektronischen Westen ist es so, dass ihr im Mindestfall zum Händler gehen müsst. Eventuell müsste eine elektronische Weste auch zum Hersteller eingeschickt werden. Klar, dann kommt die komplett gewartet zurück, aber das sind oftmals Kostenfaktoren, die so um die 250 bis 300 Euro liegen. Mal weg vom Zeitfaktor, der auch berücksichtigt werden muss. Denn wenn irgendwo eine Weste eingeschickt wird, kann das auch sein, mal weg von Corona-Zeiten, dass das zwei oder drei Wochen dauert. Und da habt ihr natürlich bei einer Kartusche, die lediglich organisiert werden muss, im Grunde einen zu vernachlässigen Kostenfaktor vor der Brust. Weitere Vor- und Nachteile wären zum Beispiel, hättet ihr ein Unfall-Szenario, wo ihr mit dem Motorrad wegrutscht, aber ihr trennt euch nicht von dem Motorrad, ist es natürlich so, dass der mechanische Airbag nicht auslöst. Beim elektronischen Airbag ist es in der Tat so, dass der, auch wenn ihr euch nicht vom Motorrad lösen solltet, den Unfall erkennt. Also das wäre definitiv ein Vorteil für die elektronische Lösung. Auch das muss natürlich berücksichtigt werden. Ein weiteres Szenario wäre ja unter anderem auch ein Auffahrunfall vor der Ampel. Also ihr fahrt nicht, seid statisch, steht also quasi vor der Ampel, es fährt jemand auf. Dann gibt es auch das eine oder andere System, das quasi diesen Unfallhergang nicht erkennt. Im Moment müsst ihr einfach dann mit dem Händler eures Vertrauens verabreden oder ausdiskutieren, ob das System, für das ihr euch entscheiden wollt, dieses Unfall-Szenario abdeckt, ja oder nein. Von daher, auch das sind Dinge, an die man ja auf Anlieb nicht denkt, weil ich habe noch keinen Auffahrunfall bei mir persönlich entdeckt. Ich denke in der Regel immer nur an die Dinge, die stattfinden kann, wenn ich dann unterwegs bin. Auch noch kurz ein paar Worte zur eigentlichen Nutzung einer Airbag-Weste. Denn in der Presse oder Katalogen, wo auch immer, wird ja oft darüber gesprochen, ich kann sie drunter ziehen, ich kann sie drüber ziehen. Die theoretische Drunterziehen-Möglichkeit ist natürlich vorhanden, aber unterm Strich, finde ich, macht das keinen Sinn. Denn würde ich eine Airbag-Weste drunter ziehen, ist ja auch ein Teil der Atmungsaktivität stark eingeschränkt. Das zweite setzt natürlich zwingend voraus, dass ich eine Jacke dann habe, die entsprechend geschnitten ist, dass die dieses Volumen, ich rede jetzt nicht vom ausgelösten Zustand, dieses Volumen der nicht ausgelösten Weste verträgt. Drittens denke ich mal, dass es nicht uninteressant ist zu wissen, das ist ja ein Volumen, wenn sie ausgelöst ist. Das sind ja teilweise bis knapp 30 Liter, die dazukämen, wenn die CO2-Kartusche das Material ausbläst. Das heißt also unterm Strich, dass Jacken, die für eine Weste produziert worden sind, entsprechende Dehnfalten, Dehnmöglichkeiten an den entsprechenden Stellen haben. Denn ich versichere euch, das werdet ihr halt in den Folgesendungen mal sehen, wenn sie auslöst, das ist so ein starkes Volumen. Das heißt, keine Jacke wird dieser Kraft standhalten. Das heißt, dann wird die Jacke wohl über kurz oder lang zur Platzen an den stark belasteten Stellen. Und entsprechend, wenn sie denn sehr stabil gemacht worden wäre, produziert worden wäre, geht das natürlich auch zu euren Lasten. Denn irgendwo muss das Volumen ja hin. Also von daher sage ich, dass in dem Moment, wo ihr eine Weste drüber tragen würdet, ihr zwar optisch sehr, sehr stark darunter leiden würdet. Denn oftmals sind diese Westen ja relativ aggressiv gestylt mit Signalfarben und und und. Und wenn ich eine schöne Kombi trage, die sehr attraktiv ist, dann mit so einer Neonweste quasi kaschiert wird. Das ist natürlich nicht besonders attraktiv. Aber die Möglichkeit, eine Weste drunter zu tragen, unter Kombi oder unter Jacke, ist relativ eingeschränkt. Deshalb sage ich, dass man mehr als 95 Prozent wohl drüber tragen sollte. Um euch da ein bisschen Handlungssicherheit zu geben, wie so eine zukünftige Investition vielleicht funktionieren würde, hättet ihr eine Jacke, die ihr erst vor zwei Jahren euch zugelegt hättet, also eine normale Schutzfunktionsjacke, dann ist es natürlich ärgerlich, die auszurangieren, weil man jetzt wirklich Lust und ein Bedürfnis nach einer Airbag-Weste hätte, wenn ihr sie drunter ziehen wolltet. Denn wie gesagt, die wenigsten Jacken sind halt dafür geeignet. Heißt also unterm Strich, wenn eure Jacke so flättig ist, dass ihr sowieso eine neue Jacke investieren wolltet, könnt ihr euch natürlich überlegen, auch schon eine Airbag-Weste zu nehmen, die integriert ist in eine Jacke. Denn da könnt ihr sicher sein, dass Dehnfalten und Schnitte so ausgelegt sind, dass Jacke und Weste prima miteinander harmonieren. Dann habt ihr natürlich eine optisch sehr gelungene Lösung, denn ihr seht die Weste nicht. Alle anderen Alternativen bei gut funktionierenden Jacken und die Weste wird drüber gezogen, ist dann optisch immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn ihr nur die Funktion haben wollt, dann nehmt ihr einfach eine neon-gelbe Weste auf eine schwarze Kutte, Feierabend. So Leute, jetzt noch ein paar Worte in eigener Sache. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Wochen und Monaten, jede Menge Kommentare von euch bekommen bezüglich auf Airbag-Westen. Ob das dann im Allgemeinen war oder auch speziell hier auf die Alpinestars, Tech Air 5 bezogen, da machen wir natürlich noch die eigenen Folgen zu, ob das Danese ist, Helight und so weiter und so weiter. Ballert mich wie immer mit Kommentaren zu, da freue ich mich drüber, denn über die Basics hinaus würden bei euch wahrscheinlich noch jede Menge andere Fragen schlummern. Von daher, schreibt mich an, überhaupt kein Problem, ich freue mich jetzt schon drauf. Ansonsten war es das schon wieder, wir sind am Ende dieser ersten Grundlagensendung. Ich freue mich dann entsprechend über Abos und Likes, klar, ist immer gern gesehen. Und alle Hinweise und Links zu unserer Folge, wie immer in der Beschreibung unter unserem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns, adios und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.